Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. CISA warnt, alle D-Link NAS gefährdet und unter Beschuss. D-Link NAS Bedrohung, Sicherheitslücken und Angriffe überfordern Nutzer. Eine alarmierende Entdeckung in Netzwerkspeichersystemen, NAS des Herstellers D-Link, sorgt momentan für erhebliche Bedenken in der digitalen Welt. Eine umfangreiche Untersuchung hat ergeben, dass alle D-Link NAS-Systeme von Schwachstellen geplagt sind und derzeit unter Angriff stehen. Dies ermöglicht cyberkriminellen Zugang zu den auf diesen Geräten gespeicherten Daten, was die Privatsphäre und Sicherheit von vielen Nutzern ernsthaft gefährdet. Nach Informationen von Sicherheitsexperten, die diese Probleme aufgedeckt haben, betrifft die Schwachstelle alle Modelle der D-Link NAS-Serie. Diese Tatsache unterstreicht die Tragweite und Ernsthaftigkeit der Bedrohung, die sich für eine große Menge von Nutzern eröffnet. Die Experten raten Nutzern zum sofortigen Abschalten ihrer D-Link NAS-Geräte, um vorläufigen Schutz zu gewährleisten. Dies ist jedoch für viele Nutzer keine langfristige Lösung, da diese Geräte oft für geschäftliche oder private Zwecke genutzt werden, bei denen eine kontinuierliche Verfügbarkeit von entscheidender Bedeutung ist. Obgleich D-Link Anstrengungen unternommen hat, um das Problem durch die Bereitstellung von Sicherheitspatches zu beheben, bleibt die Bedrohung bestehen. Viele Nutzer haben berichtet, dass sie trotz der Installation der Patches weiterhin Angriffe erleben. Dies wirft Fragen nach der Effektivität der von D-Link bereitgestellten Lösungen auf. Aufgrund der weit verbreiteten Nutzung von NAS-Systemen und insbesondere der D-Link-Marke wird diese Situation als sehr ernst angesehen. Es bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen D-Link ergreifen wird, um diese bedrohliche Situation unter Kontrolle zu bringen und das Vertrauen seiner Nutzer wiederherzustellen. Informationen aus verschiedenen Quellen, wie TechCrunch, ZDNet und der offiziellen D-Link-Website wurden für diesen Bericht genutzt. Anita Farke, Freitag, 12. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. B laut superficie... Bati,orph잡ib, holz. Untertitelung des Zuhören